So, heute gibt es wieder was fantastisch kulinarisches, vegetarische Mühlen-Frigadellen mit Kartoffelbrei und, haltet euch fest, Ostereiern. Ostereiern. Warum mit Ostereiern? Weil wir Oster haben. Sonst wären es nur Eier. Aber bei Ostern isst nicht so Ostereier. Deswegen mit Ostereiern. Gestisjanzi sind immer dieselben Eier, aber weil jetzt Ostern isst, sind das Ostereier. Versteht ihr? Also, das schmeckt besonders. Gericht, Kartoffelbrei, vegetarische Mühlen-Frigadellen und Ostereier. Sprachlos, wa?